hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest über lebensfertigkeiten anzunehmen bei rexav in der hochberg an dieser position hier sieht man auch die koordinaten und ich schaue jetzt in diese richtung wenn ich die quest annehmen weil dann sieht man gleich das holz was ich besorgen muss spawnen nehmen sie also jetzt an und hier habt ihr gesehen diesen baum spawnen den darf ich mit der rechten maustaste anklicken dann habe ich schon das eine holz also das wäre jetzt nur eine möglichkeit gewesen weiter hinten spawnt auch so ein baum den könnt ihr auch looten beziehungsweise entweder diesen hier oder den hinteren je nachdem wie lustig seid habe mich halt für diesen entschieden weil er gleich in der nähe ist wieso soll ich bis dahinten laufen und damit habe ich beide quest items dann darf ich neben wegsav dieses lagerfeuer mit der rechten maustaste anklicken nun darf ich nochmal das feuer mit der rechten maustaste anklicken und dann ist die quest auch schon bei rexav abzugeben in der hochberg an dieser position hier sieht man auch die koordinaten hoff ich konnte euch helfen ciao